Wenn ich sechs Jahre alt war, kam ich zur Schule. Warum ist das denn falsch? Weil wir hier keine Kondition haben. Wir sprechen über ein Ereignis in der Vergangenheit und dann brauchen wir als. Also, als ich sechs Jahre alt war, kam ich zur Schule. Oder, als ich zwanzig Jahre alt war, bin ich nach Deutschland gezogen. Warum können wir nicht wenn benutzen? Ich wiederhole, wenn benutzen wir, wenn es sich um eine Bedingung handelt, also für Konditionalsätze. Ich kann sagen, ich kann wenn im Präsens benutzen. Also, wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Dann ist es die Bedingung, dass es regnet und nur dann bleibe ich zu Hause. Wenn ist auch in der Vergangenheit möglich, bei sich wiederholenden Aktionen. Zum Beispiel, immer wenn es regnete, schaute ich fern.